. 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 Schieb. . Super! Gleich ist da, Maus. Gleich ist da. Das machst du gut. Bei Bamba war für so'n Fettsack der Letzte. Der war gar nicht mehr geplant. Wir waren schon alle am Essen. Auf einmal schreit Birgit, Hilfe, Hilfe! Habt ihr erzählt? Eine dicke. Das war auch ein Deano Schacker. Weißt du was? Ich glaube, du bist ein bisschen durstelig. Guck mal. Hier ist die Milchbar. Mach mal Klappe auf. So, und jetzt. So, nun lass den auch nicht wieder los. So. Weiß ich noch nicht. Ich seh noch nichts. Da sind Vogel, da sind Vogel. Fein, Mausi. Fein machst du das. Ganz toll. Komm, ich halte mich fest. So. Ja. Super! Ja, schön. Noch mal drücken. Einmal noch. Ist wieder so'n Riesel. Ja, wieder so'n Riesel. Ja, wieder doch. Wieder das Leine. Noch mal drücken, Mäuschen. Fein. Fein. Ja, noch einmal. Fein. Fein. Ja, gut schön. Jetzt ist er draußen. So, dann machen wir das mal auf hier. Warte, nachgebunden? Ja, ist da. So, hier. Ja, aber nur eine. Komm. Komm mal hin. Komm mal hin. Komm mal hin. Danke, junger Mann. Oder junge Frau. Schön machst du das. Super. Komm, jetzt pack sie dir mal hin. So. So. Jetzt flutscht das ja einfach so raus. Und dann machen wir hier die Schnudelfein. Sehr schön. Was soll ich tun? Hm. So, das ist ein schöner Kraun. Das ist Adlöckchen oder so? Ja. Adlöckchen. Ja, das ist ja die Nabelschnur, die aufgeht und die Nacht gebohrt.